dina fährt schaut euch an hier coole treiberin natürlich mit knopf im ohr daneben die schwester von den selben mit den selben genen bestückt mit den selben genen bestückt was für ein glück wir sind jetzt in takua pa ich halte mal das ding raus das telefon halt mal das telefon raus ist ja in der after karlack was die immer erzählen die thais glaub glaub nie am thai selena ist immer noch auf ihrem aber wir haben wunderbares wetter das ist der wahnsinn schaut euch an es hat nämlich die ganze zeit geregnet wir kommen an und es regnet nicht gerade war ganz blauer himmel wenn engel reisen dann öffnet sich der himmel und jetzt gehen wir dann zum surfstrand sind wir gleich da du hast ja 600 meter links ja wir fahren gerade wieder in mein bevorzugtes hotel hier weiß preis leistung in der nebensaison ist kaum zu ihr rechts rein kaum zu überbieten es ist der hammer und die kennen uns jetzt auch ja da und dann erstmal hier da holen wir den schlüssel und ist einfach eine tolle anlage also wenn ich mal gespannt wie es der selena gefällt warst du schon mal da ok also na jetzt sind wir an unserem hotel na also wenn es einen preis gibt für die hässlichsten schuhe dann habt ihr die chance den zu gewinnen selena und kerner ja wenn ich jung war habe ja so dinge angehabt darf man nicht vergessen das ist auch sehr schön es gibt hier connecting rooms tolle sache hier mit also ja ist eigentlich toll gemacht und das alles jetzt um die jahreszeit für 1600 watt oder 2000 watt der je nachdem also finde ich in ordnung oder was sagst du dazu zum zimmer gefällt es dir hier ist irgendein event aqua land lumina irgendwas mit waves und licht aber das interessante ist es wird gar nicht mehr in englisch gemacht die werbung also heute ist hier irgendeine show zufällig und du hast auch eine light show oder so oder heute haben wir heute nicht mehr in der Wir haben am Sonntag und am Sonntag, wir haben eine Fire Show von der localen Band. Oh, Fire Show, ja, okay. Und am Sonntag und am Sonntag, wir haben die Band von Potsdamen. Und morgen haben wir Maliem und Wan Wan Wan, und Dong Tuki. Ah, okay. Kennst du dich? Du musst dich doch kennen, dass du dich nicht kennst. Ich weiß 2P. 2P, du kennst? Ja. Ja. Es ist heute Morgen. Es ist heute Morgen. Ja. Es ist heute Morgen. Heute Morgen. Okay, willst du es sehen? Heute Morgen. Heute Morgen sind wir zurück in Phuket. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Richard, was sagst du? Ganz schön was los hier. Ganz schön was los. Ja. Richtig. Menschentrauben hier am Strand. Ja. Also, was war noch alles? Ach Gott. Malen, Malkurs war mit dabei. 2009. Das war 2009. 13 Jahre her. Überleg einmal, wie lange das her ist. Da wurde die Webseite gemacht. Weil 2008 war das erste Mal, dass drei Hotels bei uns vorne, Smugdara, La Flora und Ramadan, die haben da Sonderangebote gemacht über Lidl in Deutschland. Lidl hat da ein Sonderangebot gemacht, Kaulack. Und da kamen die und tatsächlich in der Offsies im Juli, im August. Und da war ja absolut nichts los. Da war fast alles zu und so. Und dann haben wir gesagt, das können wir nicht so weitermachen. Also nächstes Jahr müssen wir was tun. Und dann haben wir bis 2009 angefangen, also schon Ende 2008, die Webseite zu machen, Kaulack Aktiv und Kaulack Aktiv, mit Süd und jetzt noch. Und haben dann Verträge gemacht mit Businesses in Kaulack, Restaurants, Massagestudios und alles, wirklich unterschriebene Verträge, die aufhaben werden für drei Monate in der Offsies. Juni, Juli, August oder Juli, August, September. Weiß nicht mehr genau. Für drei Monate. Und dann haben wir die Hotels, sind wir zu Hotels gegangen und haben gesagt, wir haben jetzt 54 Verträge mit Businesses, die aufmachen werden in der nächsten Offsies. Und könnt ihr das unterstützen? Und die haben das unterstützt. Dann haben wir eine Broschüre gemacht dafür. Die haben wir was weiß ich wo, also auch das Bucket und so. Dann haben wir die verteilt und dann die Webseite eben gemacht. Dann haben wir ein Sonnenangebot gemacht. Also Hotelbuchung plus eine Aktivität. Und mit so diesen Aktivitäten hat dann zum Beispiel auch gehört, dass wir dann angefangen haben Baden mit Baby Elefanten. Das gab es vorher überhaupt nicht. Baden mit Elefanten erst mal. Baden mit Elefanten. Das gab es vorher noch nicht in Kaulack. Baden mit Elefanten. Schön gemacht. Memory Speech. Memory Speech. Naja, ich vergesse es ja einmal wieder. Memory Speech. Für die guten Memories. Also ich habe gerade einen Edelbert hier getroffen. Der wohnt hier im Absara. Und da geht er schon ein paar Jahre her. Jawoll, jawoll. Wir sind jetzt schon das achte Mal da. Und immer super, super Preis. Das Hotel knapp über 20 Euro mit Frühstück in der Nebensaison. Und ja. Also man kann wirklich nur empfehlen, in der Nebensaison herzugehen. Das war auch schon vor Corona so günstig, ne? Ja. Ja, genau. Also jeder, der sowas nicht auslässt, ist das eigentlich... Ja, okay. Man muss ein Glück haben im Wetter, gell. Aber das Wetter macht ja mit. Heute war es 19 Tage auch schön sonnig. Ab und zu. Ein Regenschauer hatten wir heute Morgen. Da war es wieder okay, gell. Das ist ja jetzt, finde ich, sogar angenehm. Mit dem Wind und so. Ist nicht so heiß. Da hat man hier einen schönen Pool in der Anlage. Und das Meer kann man auch zum Schwimmen, aber nicht so gut, oder? Es scheint ziemlich seiten. Es geht nicht weit raus, damit man schwimmen kann, ja. Ja, und bei den Wellen natürlich. Ja gut, aber es ist so ein Paradies für die Sofa hier. Naja, toll. Finde ich schön, dass du mich angesprochen hast. Du kennst mich ja von YouTube. Und wenn du mal ein Kamerlapist, dann schau mal vorbei. Alles klar. Ja, machen wir. Okay, danke dir. Ich schreib mich einfach mal, okay? Ich Librere empfinde mich. Und während du. Ja wirklich istvallhär. Ich nehme dich. Ja wirklich raus. Ja. Schau mal! Komm mit,program! Das war's für heute. Es ist so wild, ich liebe dich mehr. Ja, let's shake it out. Hier haben wir die Ripple of Imagination. Water droplets occur in a variety of patterns, reflecting freedom of movement. Many shapes let the audience explore and find beauty through their imaginations under the mystical force of the Ripple. Do not touch. Bitte abonniert unseren YouTube-Kanal. Danke! Super! Give me five! Yeah!